Good morning in the morning. Es ist 6 Uhr morgens und heute ist Meisterschaftstag. Es ist heute Landesmeisterschaft in Riesa. Es ist wie immer sehr, sehr früh. Wir fahren um 7 Uhr mit dem Bus los und deshalb packen wir jetzt nur noch den Kleinkram zusammen. Meine Cheer-Tasche ist schon gepackt, die kleine Maus ist auch schon wach. Und genau, wir kochen uns jetzt noch Tee und dann geht's nachher los zum Bus. Hi, guten Morgen! Hallo! Fit? Immer. Wach? Vicky, wie sind die Temperaturen? So kalt. Wir sind in Riesa und wir haben dieses Jahr das allererste Highlight. Wir haben eine richtige Umkleide. Und zwar geht's hier schon weiter. Zwei Stück, mal bitte raus. Es sind alle angekommen. Ja, so gut, wir haben die zwei Stück. Dann noch der Highlight von heute. Wir haben eine Umkleidekabine. Wir haben eine Umkleidekabine. Wir haben eine Umkleidekabine. Hallo Nele, was machst du da Schönes? Ich mache der Kayla die Haare und heute ist sie es schon gewöhnt, heute weinen sie nicht. Sehr schön. Mein letztes Mal hat sie geweint. Ja Kayla, du kennst glaube ich die Chili-Wing-Regeln noch nicht, oder? Was nicht weh tut, sieht nicht gut aus. Ja, deswegen, wenn schön sein will, muss sein. Das ist die Regel. Sie kommt ja trotzdem zurück, trotz Schmerzen. Der Rest chillt noch. Wir gehen jetzt in die letzte Runde. Hier wird sich fertig gemacht? Ja, in die letzte Styling-Runde. Achso. Ich habe ja sogar Hitze schmerziert bei uns, dass wir Spaß haben. Chrissi ist schon fertig. Pauli, wie macht sogar Fragen dazu? Was? DJ Pauli. DJ Pauli hat uns den besten Remix gemacht. Den Kika Tanz-Alarm. Wie nennst du ihn? Kika Techno-Alarm. Kika Techno-Alarm. Kika Techno-Alarm. Kika Techno-Alarm. Da? Guck mal. Ansonsten. Kika Techno-Alarm. Das war's für heute. Also, ich bin in die letzten Stunden. Wann, am liebsten, als ich gesagt habe? Ich weiß noch mal, den Kopf. Ich bin jetzt icing-Rこれで vorurable. Die Chance, die sich zu sein. Das ist keine langweilige. Es ist Zeit! Sie gehen in den Warm-up. Sie sind bereit. Und Frau Pist, und jetzt geht's los. Sie gehen in den Warm-up. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020